Die Muddi will Pfanne in die Mikrowelle packen. Ob das eine gute Idee ist, das gucken wir uns an. Heute geht es um das leidige Thema blutende Köpfe. Ja, ich glaube, keiner von uns hat keinen Kopf zu Hause, der nicht blutet. Was sind blutende Köpfe? Es gibt immer noch Anfänger, die fragen, Muddi, was sind blutende Köpfe? Köpfe haben eine Glasur und mit der Zeit kann schon mal vorkommen, dass in der Glasur Risse entstehen und somit die Molasse nach außen tritt. So wie ihr hier seht, da laufen dann Tränen runter und hier hat es solche Molassetröpfchen rund um den Kopf. Also ihr seht, da läuft die Molasse aus. Und da ich das ja alles für mich selber verantworte, was ich hier mache, also wenn ich was kaputt mache, dann ist es ja auf meinem Mist gewachsen. Ich rate jetzt auch nicht, dass ihr das nachmacht. Ich habe nur gedacht, ich zeige euch, was ich mit Blut in den Köpfen mache. Bevor ich mir überlege, ob ich es nachmache. Ins kaltes Wasser, in die Gefriertruhe, auskochen. Habe ich alles probiert und dann ist mir eine Idee gekommen. Ich habe für mich herausgefunden, ich stelle die Köpfe in die Mikrowelle. Wir haben eine 700 Watt Mikrowelle und da stelle ich meine Köpfe rein. Immer für zwei Minuten, aber alles genau zeige ich euch im Anschluss. Somit habe ich meinen Werkbund Medivit, diesen Kopf, in die Mikrowelle gestellt. Zwei Minuten, dann ist aus diesem Kopf ganz, ganz viel Molasse ausgetreten. Dann habe ich ihn raus, abkühlen lassen und wenn er wieder richtig erkaltet war, habe ich das Ganze wiederholt. So lange, bis eben keine Molasse aus dem Kopf mehr austritt. Einfach zwei Tage brauchen, bis du drei Köpfe ausgekocht, ausgemikrowellt hast. Mit diesem Kopf habe ich jetzt schon fünfmal geraucht und seitdem blutet er nicht. Dass es natürlich wieder vorkommen kann, ist mir bewusst, ich weiß das, irgendwann passiert es wieder. Bei blutenden Köpfen gibt es nur eine richtige Handlung, wegwerfen, einfach weiter rauchen, Digga. Scheiß doch drauf, dass die bluten, juckt doch keine Sau, sieht halt nicht so cool aus, aber... Erstmal ein schöner Zug, wichtig und richtig. Und ich glaube, einer der schlimmsten Köpfe, der immer sofort blutet, bei mir auf jeden Fall, ich habe drei Oblakus und die sind nach wenigem Rauchen einfach zusammengebrochen, sage ich mal, und die haben geblutet. Zusammengebrochen ist jetzt aber... Ich habe im Internet etwas ein bisschen recherchiert, da habe ich dann alles Mögliche eingegeben. Ton blutet, Ton läuft aus, Wasser tritt aus, Ton, Tassen aus. Ich habe nichts Richtiges gefunden. Was ich gefunden habe, man kann in der Mikrowelle sogar Ton brennen. Also wer einen kleinen Hobbybrand machen möchte zu Hause, kann das wohl auch in der Mikrowelle. Und so bin ich draufgekommen zum Testen. Erstmal Köpfe da eben herstellen. Ja, Angst hatte ich natürlich. Ich habe gedacht, entweder geht mir die Mikrowelle kaputt, mein Mann hätte schwer geschumpfen, oder der Kopf platzt. Aber Tassen oder Keramikgeschirr platzt hier auch nicht in der Mikrowelle. Stimmt eigentlich, ja. So bin ich draufgekommen und habe gemeint, ja, ich stelle jetzt meine Köpfe in die Mikrowelle. Das Ganze habe ich getan und wie das jetzt vonstatten geht, das würde ich euch gerne zeigen. Und vergesst nicht, nachher kommentieren. Jetzt stehen wir in meiner Küche bei meiner Mikrowelle, 700 Watt. Und jetzt will ich euch den ersten Schritt mal zeigen. Also ich tue mir jetzt den Oblaco, der ausgekühlt ist und sauber gemacht habe ich mir den, tue ich mir den jetzt in die Mikrowelle. Ja, gespannt, was da rausläuft. Aber wie das Ganze vonstatten geht, das zeige ich euch jetzt. Hinterher hole ich den Kopf raus, ich habe mir da extra ein feuchtes Tuch geholt, werde ich den so rausholen und werde ihn mir dann hier auf so ein Gitter stellen. Das werde ich dann nach draußen tragen, auf die Terrasse, da wird er ausdampfen, weil es wird ziemlich arg nach Popcorn riechen. Also aber jetzt lasst uns starten. Nach Popcorn? Einfach reinstellen, zumachen und auf zwei Minuten stellen. In diesen zwei Minuten werde ich natürlich den Kopf ein bisschen beobachten. Ich habe ja schon gesagt, ich habe Angst, dass er irgendwann mal explodiert oder dass er reißt oder springt. Aber kaputt ist eh schon kaputt und somit probieren wir das gleich mal. Ihr könnt es leider jetzt nicht riechen, aber es fängt schon leicht an, so süß zu riechen. Also diese ganze Molasse, wo jetzt in diesem Kopf drin ist, kommt jetzt nach außen. Aber Popcorn? Ich hoffe, es geht es dann noch gleich. Die Mikrowelle ist gefüllt, mein Oblakon steht drin. Lassen wir uns mal überraschen. Boah. Hört ihr, wie es dampft und zischt? Krass. Und das ist jetzt nur nach einer Minute. Alter. So sieht er jetzt schon aus. Tropft und quillt aus allen Poren, quillt jetzt die Molasse raus. Junge, was kommt da alles raus, Digga? Aber ich hoffe, ihr seht es. Jetzt kommt da noch eine Minute rein und dann werden wir ihn rausholen. Hinterher die Mikrowelle reinige ich mit Glasreiniger. Das neutralisiert noch den Geruch ein bisschen in der Mikrowelle. Schaut mal, das ist die Molasse. So. Junge, da geht ja eine richtige Party in der Mikrowelle. Ich habe jetzt eine Taschenlampe oder sowas herzustellen. Ist natürlich auch sehr, sehr heiß. Ihr müsst aufpassen. Deswegen nehme ich mir ein... Oh, Digga, tropft das da weg. ...was sieht, ich hoffe, ihr seht, alles voll mit Molasse. Ah, der tropft. Jetzt stelle ich mir das Ganze raus, lasse es abkühlen. Ich tue ihn jetzt auch noch nicht abwaschen. Ich mache das erst, wenn er abgekühlt ist. Und die Sauerei hier, ihr seht, alles mit Molasse. So steht er jetzt auf meiner Karasse und darf erstmal in Ruhe auskühlen. Der Kopf ist jetzt das erste Mal in der Mikrowelle gewesen. Er ist komplett erkaltet. Ich habe ihn abgewaschen mit einem Tuch. Schaut mal was drauf. Ich weiß auch nicht, warum sie nichts runterstellt. Ich habe mir auch schon gedacht, dass das doch ein bisschen schlauer wäre, wenn man ihn einfach auf Zebra stellen würde, oder? Aber jetzt muss er ein zweites Mal in die Mikrowelle. Oder eine Schüssel oder so wenigstens. Mark hat gecheckt. Ich hatte einen 1-Euro-Kopf mit 170 Gramm. Nach 30 Köpfen hatte der 200 Gramm. Nach dreimal Mikrowelle hatte er wieder nur noch 175 Gramm. Krass. Oh, deutlich weniger als vorher schon. Wird das Blut weniger. Es kann auch sein, dass ich noch eine Minute erhöhen muss, um das auch richtig alles rauszupressen. Dann kommt er nochmal auf die Terrasse. Digga, morgen kommen erst mal alle meine Köpfe in die Mikrowelle, Junge. Let's go! Und wenn keine Molasse mehr kommt, mache ich es noch ein einziges Mal. Und dann kommt der Wasserdampf. Alles, was noch an Feuchtigkeit drin ist, dampft nochmal so richtig schön aus. Und dann auskühlen lassen. Und los geht's. Ich bin gespannt. Hey, Junge, einfach neue Meta, Digga. Jetzt war er zwei Minuten. Essen ist fertig. Ach nee, das ist nur Blaku. Ich habe jetzt mal eine Taschenlampe hergetan, weil ich habe es halt einfach nicht so mit meinem Equipment. Aber jetzt ist er nur noch leicht blutend. Also ihr habt es am ersten Mal gesehen, dass er wirklich stark ausgeblutet hat. Und jetzt schaut mal das Ergebnis. Leuchtet euch mal mit der Kamera. Ich muss halt leider drücken. Boah, ich weiß aber nicht, ob man auf YouTube echt den Tipp geben sollte. Ansonsten zerstört irgendjemand von der eigenen Mutti die Mikrowelle und ganze Family ist einfach sauer. Boah, weiß ich nicht. Am Ende platzt dir wirklich so einen Kopf und zerscheppert da drin alles oder so. Und es kommt lang nicht mehr so viel... Ja, fast gar nichts mehr. Super gut. Also der kommt jetzt auch wieder auf die Terrasse, kühlt aus und dann machen wir es ein drittes Mal. Ich entscheide es immer so, wenn er noch nachblutet, kommt er nochmal rein. Bei mir hat es bis jetzt nach drei Mal eigentlich immer funktioniert. Also dann starten wir ein drittes Mal. Meine Mutter würde eine Pfeife nach mir werfen, wenn sich die Mikrowelle misshandelt. Ja, da hätte ich mich auch Angst. Zwei Minuten und los geht's. Aber ich frage mich, könnte man nicht einmal fünf Minuten machen oder so? Also viel passiert ja beim zweiten und dritten Mal nicht mehr, oder? Schauen wir mal, wie er aussieht. Also Rauch kommt ganz gut raus. Heiß ist er auch. Boah, ich... Ey, das zicht ja Geisteskrank mit dem Wasser. Nichts mehr an Molasse. Jetzt ist er komplett ausgeblutet, sag ich jetzt mal. Meine tolle Taschenlampe. Ich hab den Oblaco ausbluten lassen. Schaut mal, das ist jetzt keine Molasse mehr. Ich muss mich jetzt noch beeilen, weil der ist nämlich ganz schön heiß. Also so würde ich ihn jetzt nochmal rausstellen. Tanja hätte wirklich vorher wiegen müssen. Nochmal auskühlen lassen und dann lasse ich ihn so zwei, drei Tage wirklich komplett in Ruhe und dann würde ich sagen, rauchen wir ihn zusammen. Nachdem der Kopf jetzt drei Mal in der Mikrowelle war, habe ich ihn auf der Terrasse komplett auskühlen lassen. Da habe ich ihn auch die ganze Nacht stehen gehabt. Ja, Stefan, kühle ich. Zwei Tage noch auf unserem Pelletofen nochmal richtig schön zur Ruhe kommen lassen, habe ich ihn heute geraucht. Also es dauert dann schon ein bisschen, bis man den auch so verwöhnt hat und ausbluten hat lassen. Ich rauche den jetzt ungefähr eine Dreiviertelstunde. Und wie ihr gesehen habt, bis jetzt blutet er nicht. War für mich zu erwarten, weil bis jetzt habe ich es ja mit dem Werkpunkt Mediefe und mit dem Werkpunkt Zeus habe ich es so gemacht. Mein Ergebnis bis jetzt, kein Bluten. Also ihr seht es, alles frei. Wie lang es natürlich anhält, das kann ich euch nicht versprechen. Das ist eine gute Frage. Ich finde auch diesen Hals hier, ist etwas säuberer geworden. Da auch da ist die Molasse ja ausgetreten. Ihr habt es ja gesehen. Und was man aufpassen muss, ich habe mir auch noch eine Brandblase zugezogen. Ah, perfekt. Als ich ja den Kopf raus habe und habe den gehalten und die heiße Molasse ist draufgekommen. Also da müsst ihr ein bisschen aufpassen. Eieee. Auch so machen wollt oder nicht. Das überlasse ich natürlich euch. Für mich, ich werde es weiterhin so machen. Ich habe für mich das beste Ergebnis so mit rausgefunden. Die Köpfe mal stoppen. Wenn es wieder anfängt, stecke ich sie wieder in die Mikrowerne. Einfach diese andere Lifehack von der Mutti. Aber ob ich das ausprobiere, ich weiß es nicht. Aber wilder Trick.